Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei GORL TV. So, da sind wir schon wieder. Frisch und fröhlich hier für Sie mit der 5 Euro Überraschungsshow. Ja, wir haben uns riesig auf Sie gefreut. Sie sich hoffentlich auch jetzt auf. Tolle Produkte. Und alle Produkte, egal was Sie gerade noch gekostet haben. Sie haben vielleicht den Katalog da auch und schauen jetzt und denken, hier steht ja ein Preis von 12,90 Euro, von 16,90 Euro. Nee, vergessen Sie, was da auch gerade im Katalog steht. Oder was Sie jetzt auch gerade im Internet sehen. Tja, das war gestern. Jetzt gilt hier der Preis. 5 Euro, denn wir sind in der 5 Euro Überraschungsshow. Aber aufgepasst, nur begrenztes Kontingent. Nur solange der Vorrat reicht. Deshalb immer schnell anrufen und sich hier das Lieblingsprodukt sichern. Die meisten Produkte dürfen Sie sogar bis zu 5 Mal bestellen. Deshalb immer ruckzuck dann an die Leitungen. Und wir haben wirklich aus allen Kategorien Produkte. Welche wissen wir auch nicht. Keine Ahnung. Wir müssen uns auch immer mit Ihnen Überraschungsshow. Heißt Sie, Überraschungsshow. Genau. Wir legen direkt los. Bitte. Sie ist die Einzige übrigens, die immer weiß. Weil sie macht unsere Päckchen hier fertig. Und der Blick, ich weiß nicht, konntest du das irgendwie deuten, was das hier sein könnte? Ich weiß, was es ist. Die Zuschauer mittlerweile auch. Die haben jetzt das Overlay eingeblendet. Okay, jetzt sehe ich es. Das wird an der Seite gezeigt. Und es ist was ganz, ganz Praktisches. Denn es ist von Semtec. Semtec Urban Survival Technologies. Also was für alle Outdoor-Freunde. Man kann es aber auch immer mit im Auto dabei haben, wenn man dann auf längeren Autofahrten ist. Vielleicht auch sehr praktisch, wenn man es im Handschuhfach dabei hat. Denn das ist ein Edelstahl-Klappmesser mit einem tollen Alugriff. Also wirklich sehr hochwertig gemacht. Kann man auch hinten so dann an den Gürtel zum Beispiel mit dran machen. Hat extra hier so ein Gürtelclip mit dran. Also gerade für Camper, für die, die im Outdoor-Bereich unterwegs sind. Aber wir haben hier einige Gadgets mit dabei. Einige Spielereien, die wirklich sehr praktisch sind. Wir haben hier unten nämlich einen Glasbrecher. Das ist diese Spitze hier, die hier mit dabei ist. Also wenn du zum Beispiel wirklich in eine Notsituation gerätst. Man kennt das immer aus den Bussen. Da sind ja auch immer diese Glasbrecher mit dabei. Und in Autos gibt es zum Beispiel sowas nicht. Und da ist es aber ganz, ganz sinnvoll, sowas mal dabei zu haben. Deshalb habe ich gedacht, vielleicht einfach ins Auto reinlegen. Wenn wirklich mal was beim Auto auch passiert. Beide Seitentüren. Einmal rechts, einmal links. Dass wirklich auf Fahrer und Beiführer rankommen. Genau. Oder wenn du auch als Ersthelfer mal zu einem Unfall kommst. Und wirklich mal eine Scheibe zerbrechen musst. Weil das ist auch oft so ein Fall. Da hast du hier diesen Glasbrecher mit dabei. Und auch hier, Sie sehen diesen kleinen Keil hier. Das ist ein Gurtschneider. Das heißt, damit kann man dann im Notfall auch mal zack so ein Gurt kaputt schneiden. Also natürlich, wenn Sie mal in so eine Notsituation geraten, Gurtschneider mit dabei und auch hier Glasbrecher mit dabei. Und wir haben hier im vorderen Teil jetzt, zack, ich zeige es Ihnen mal, das hier. Guck mal, da fühlt man sich gleich wie hier, ne? Kathi, alles gut. Da ist nämlich hier das tolle Messer mit dabei. Da ist man gleich hier, oder? Ja, ja, ich gehe schon auf Abstand hier. Da hat man hier das Wahnsinnsmesser. Moment. Und damit kann man nämlich hier selbstverständlich wunderbar mal so ein Stock schnitzen. Oder dann, wenn man möchte, natürlich auch das ein oder andere Äpfelchen schneiden oder sowas. Das ist hier alles möglich. Dann haben wir hier noch einige Extras. Jetzt hast du meinen schlauen Zettel geklaut. Ich war natürlich neugierig und wollte wissen, wie scharf das ist. Also vorsichtig, liebe Zuschauer. Das ist richtig mega scharf. Wir haben hier nämlich noch so eine Klinge mit da, so eine zackige Seite mit dabei. Ich habe noch nicht herausgefunden, wofür das hier ist, diese zackige Komponente. Ich glaube, das ist einfach die Sicherheitsklemme. Das heißt, wenn du die nach oben drückst, kannst du dann wieder zuklappen. Ach so. Dass man das nicht einfach versehentlich zuklappt. Also so zur Seite drücken. Also hier so zur Seite drücken und dann kann man es wieder zuklappen. Ah, sehr, sehr. Genau, zack. Weil was anderes, ich habe auch zuerst versucht, ob man das rausziehen kann. Aber ich glaube, das ist einfach, weil das so rüberflippt und dann blockiert, dass man das einfach zuklappen kann wieder. Das ist natürlich auch sinnvoll. Aber das liegt aber auch richtig gut in der Hand. Meine Güte, sag mal. Das ist von Semtek. Also das ist wirklich höchste Qualität. Das sind ja diese Survival-Geschichten. Also wirklich für die Outdoor-Menschen. So was kannst du dann auch in diesen speziellen Geschäften kaufen, wo du halt nur diese Outdoor-Utensilien kaufen kannst. Das ist super Qualität, das Ganze. Hier steht auch, das zerschneidet zum Beispiel auch Leder, Seile und so weiter. Das kannst du alles mit dieser speziellen Klinge zerschneiden. Dieser Glasbrecher natürlich unglaublich massiv. Im Notfall auch zur Rettung dann mit dabei. Also super genial. Also wenn man da Outdoor-mäßig aktiv ist, wenn man da Zelten, Campen, diese Survival-Trips vielleicht auch macht, dann gehört sowas mit dazu. Und auch, finde ich, in jedes Auto, weil da halt auch dieser Glasbrecher und dieser Gurtschneider mit dabei ist. So was kostet normalerweise, wir sehen gerade unverbindliche Preisempfehlung, 29,90 Euro. Da siehst du mal, was das kostet, 29,90 Euro. Das ist natürlich ein stattlicher Preis. Aber jetzt hier für 5 Euro und man darf bis zu 5 mal zugreifen. Also da dann direkt mehrere bestellen. So was ist auch ein geniales Geschenk natürlich. Gerade für die Herren, die lieben so was. Also mit so einem Messer bist du immer. Ja natürlich, die Outdoor-Freaks, die Camper. Aber du hast es schon gesagt, also sowas gehört in jedes Auto. Und wie gesagt, ich würde gleich zwei mindestens bestellen, gerade jetzt bei 5 Euro als Preis. Weil die sind einmal links in die Fahrertürseite und einmal rechts in die Beifahrertürseite. Dass da wirklich jeder im Fall des Falles dann gewappnet ist. Weil wie gesagt, 5 Euro versus Sicherheit. Ich glaube, die Frage ist leicht beantwortet, wie man sich da entscheiden sollte. Und wie gesagt, bei 5 Euro ist das jetzt Ihre. Ja, nutzen Sie die Gunst der Stunde, möchte ich mal. So, ich glaube, ich bin dran. Ja bitte. Leg los. Oh, das war aber ein schelmisches... Wir bürsten dein volles Haupthaar. Komm, wir legen los. Wir haben eine in pink und eine in schwarz. Es scheint ein Zweier-Set zu sein. Ich nehme die in pink. Du möchtest gerne die pinke? Ja stimmt, Zweier-Set. Es ist ein Zweier-Set. So, jetzt muss ich allerdings ein bisschen mein Brusthaar hier rausholen. Oder wie, weil ich glaube, hier oben mit Haarentwirren, das ist so ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Oh, jetzt haben wir Preissalarm auch noch. Preissalarm! Und das sind ganz spezielle Bürsten. Vielleicht haben Sie die schon mal gesehen, diese Bürsten. Das sind diese entwirrenden, tollen Haarbürsten. Die haben nämlich ganz, ganz spezielle Borsten. Die sind so ganz weich. Und die haben unterschiedliche Längen und Höhen, diese Haarborsten. Und dann kann man hier die Haare perfekt mit Bürsten, selbst nasse Haare, selbst Haare, die da ganz, ganz schwer zu bürsten sind. Ich bin ja auch so ein Fall mit meinen Haaren. Die kann man hier mit diesen Haarbürsten perfekt bürsten. Und da gibt es von einem Hersteller diese Haarbürsten. Und die kosten ein kleines Vermögen. Echt? Und die Damen jetzt, die uns zuschauen. Ein Vergnügen, das mir entgeht. Ja, aber die Damen, die uns jetzt zuschauen, die diese Bürsten kennen, die haben auch einen ganz speziellen Namen. Den darf ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber diese Haarbürsten, diese entwirrenden speziellen Haarbürsten, die sind so teuer. Da kostet eine Haarbürste wirklich richtig viel Geld. Hier haben wir jetzt das Zweier-Set für 4 Euro. Und die sind perfekt auch für die Kinder, für die Enkelkinder. Weil du selbst durch nasse, richtig verknotete Haare mit diesen Haarbürsten ganz toll durchkommst. Die haben diese abgerundeten Borsten. Die sind ganz sanft. Sollte ich vielleicht bei unserem Hund mal ausprobieren. Ohne auszureißen. Weil der hat im Gegensatz zu mir langes, seidiges Haar. Die sind so genial. Und die sind ein Riesentrend momentan, diese Haarbürsten. Also wirklich. Davon jetzt das Zweier-Set für 5 Euro. Und Sie sehen das, schauen Sie, ich habe ja jetzt hier Locken drin. Und meine Haare sind ja auch so. Wenn ich die dann versuche irgendwie zu bürsten, die verknoten ganz, ganz schnell mal. Die bürstest du einmal durch und die werden richtig seidig, richtig glatt dann ganz schnell. Fangen wunderschön an zu glänzen. Man sieht es auch schon. Das ist super schön, das Ganze. Und selbst durch so Haare, die dann ein bisschen widerspenstig sind, geht das richtig schön durch. Schau dir das mal an, wie toll das dann aussieht, wie schön die glänzen. Das ist ein Traum. Also du hast wirklich dann ganz schnell, ich kann es hier auch nochmal zeigen, Du hast ganz schnell richtig tolle Haare, die super schön aussehen, die wunderschön sich dann auch legen. Das ist ein Traum. Also richtig, richtig toll das Ganze. Super, super schön. Einfach durchbürsten. Selbst auch, wie gesagt, auch nasse Haare kannst du toll damit bürsten. Das ist einfach sensationell. Also diese Bürsten durch diese unterschiedlichen Höhen, die man da hat, ist das einfach fantastisch. Und du kannst da wirklich überall durchbürsten, wo du magst. Und die Kinder sind da auch richtig begeistert von. Wirklich, also es ist super genial. Und die kosten so viel Geld, diese Bürsten normalerweise. Ja, und auch sehr, sehr angenehm. Du kennst es nicht so, ne? Ja, das ist bei mir jetzt so gefühlte 30 Jahre her, dass ich mal das letzte Mal mich habe bürsten können, müssen, dürfen. Aber was ich halt auch merke ist, das ist bestimmt auch ganz angenehm für die Kopfhaut. Ist es auch. Weil es so sehr, ja, so sanft ist mit diesen abgerundeten Köpfen und so beweglich. Also ich kann mir das auch als Kopfhautmassage sehr gut vorstellen. Und das Ganze eben halt jetzt bei uns hier, dank Preisalarm, jetzt für gerade mal 4 Euro. Also doppelt reduziert, liebe Zuschauer. Von eigentlich 15 Euro, dann auf 5 Euro und jetzt sogar nochmal runter auf 4 Euro. Absoluter Kracher. Hier sparen Sie doppelt, liebe Zuschauer, mit der NX 8842 und dann auch der 569 am Ende. Der NX 8842 und die 569, das ist Ihre Bestellnummer. Und nochmal, Sie bekommen jetzt für 4 Euro das Zweier-Set. Also das ist ein absoluter Kracher. Also 2 Euro eigentlich pro Bürste. Und du sagst, was kosten die normalerweise? 1,15, glaube ich. 1,15. Na, sehen Sie es mal wieder. Und Sie dürfen gleich mehrere bestellen. Sie können ja gleich zwei bestellen oder, ja, drei. Und dann können Sie auch einmal in die Tasche packen und so weiter. Und für die Kinder und für die Enkelkinder, das ist toll. Wir machen weiter. Wird es auch machen können. Oh nein. Ich will mich doch nicht vordrängeln hier. Oh, haben Sie das gesehen? Oh, macht sie. Oh. Ach, deswegen. Okay. Da ist aber jetzt, ich dachte, das ist jetzt eine Wasserpistole, sagt man. Es ist eine Wasserpistole. Und zwar eine ganz geniale. Aber wo ist das Wasser? Ja, das Wasser kann man jetzt hier immer selber dran machen. Und zwar mit jeder handelsüblichen PET-Flasche. Und das ist eine richtige Sensation, weil das ist eine Wasserpistole, die man quasi immer wieder neu beladen kann. Diese PET-Flaschen haben Sie ja immer zu Hause. Und da kann man jede handelsübliche PET-Flasche 0,5, 1 Liter bis 2 Liter einfach unten anschrauben. Das heißt, man kann sie auch so einen kleinen Vorrat dann machen. Man kann schon mehrere gefüllte, mit Wasser gefüllte PET-Flaschen hinstellen. Okay. Ja, so einen kleinen Vorrat. Bam, bam, bam. Und dann macht man Ozean... Oh, da können wir richtig was rausschauen. Ja, natürlich. Die schießt auch richtig weit. Ich habe die selber schon gekauft gehabt für meine Cousins und Cousinen. Und dann kannst du oben immer pumpen und kannst damit so weit schießen. Das ist eine richtige Sensation. Vor allem auch durch die Länge, die du dann hast. Wir haben ja jetzt hier eine kleine noch dran. Sie können bis zu 2 Liter PET-Flasche dran machen. Dann wird oben einfach gepumpt. Schauen Sie mal, wie lang die ist. Die hat dann auch eine super Auflage. Und dann können Sie hier richtig weit schießen. Wenn ich jetzt hier im Studio schießen würde, ich würde bis ins nächste Studio schießen. Das ist wirklich der absolute Wahn. Und so eine tolle Wasserpistole, wo man selber jetzt quasi immer hinten voll tanken kann. Für 5 Euro, das ist einfach nur ein Knaller. Also so viel Spaß, den man da hat. Bestellen Sie gleich 2 oder 3, weil da will natürlich jedes Kind eine haben. Das ist so ein Highlight. Also so viel Spaß. Und dann wirklich diese weite Schussrichtung, die man da hat. Das ist richtig, richtig cool. Das ist so genial, das Ganze. Macht richtig viel Spaß. Und da kommt ordentlich Wasser raus. Meine Güte. Deshalb einmal richtig durchziehen dann, damit da ordentlich Druck drauf kommt. Und dann ballert die richtig durch. So auslösen. Genau, so auslösen. Und die hat einen Strahl, der ist richtig weit, richtig lang. Achtung. Unser Kameramann. Moment. Oh, oh, oh. Vorsicht. Moment, ich muss hier ein bisschen mehr, glaube ich, an der Stelle. Er versteckt sich hinter der Kamera, der Schlingel. Oh, jetzt wird er böse. Jetzt habe ich ihn getroffen. Jetzt höre ich auf. Jetzt wird er böse. Okay. Waffenstillstand, Philipp. Waffenstillstand. Du darfst gleich zurückschießen. Nach der Sendung. Ei, 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 ei. Das gibt dir Ärger, liebe Zuschauer. Fünf Euro. Fünf Euro für Sie. Sichern Sie sich diese tollen Wasserpistolen. NX 11, 32 und die 569. Das ist hier ein Heiden-Spaß für die Kinder, aber auch für die Erwachsenen. Und da haben Sie Ihre PET-Flaschen, die Sie da einfach immer dran machen können. Einfach hinten voll machen mit Wasser. Und diese PET-Flaschen hatten wir eh mal zu Hause. Einfach mit Wasser voll machen. 0,5er, ein Liter, zwei Liter, egal, was Sie da haben. Einfach zack, zack, zack. Und dann hinten dran machen. Das macht riesig viel Spaß. Und schon geht es los. Also so sieht die aus. Einfach PET-Flasche hinten dran. Und dann schuck, schuck, schuck. Und dann haben Sie da riesig viel Freude. Da kommt richtig was raus. Da kommt richtig viel raus. Weil Sie auch den nötigen Druck dann immer haben. Und die schießt richtig weit. Also das sind dann locker 10, 15 Meter, wenn Sie da ordentlich den Druck aufbauen. Also das ist wirklich mal eine Wasserpistole. Vor allem, man hat da auch nicht immer mit einem Wassertank. Normalerweise ist die dann irgendwann leer. Da muss man auffüllen. Hier kann man sich schon die PET-Flaschen alle hinstellen, vollgefüllt. Dann schraubt man nur schnell ab, die nächste drauf. Und kann gleich weitermachen mit der Wasserschlacht. Und jetzt wird es ja so mal. Und mit unserem Kameran habe ich ausgemacht, am Ende der Sendung darf er zurückschießen. Das nur mal ganz dabei. Aha, so, so, so. NX-1132, pardon. NX-1132 und die 569. Das ist die Bestellnummer hier für 5 Euro. So ein Riesenteil. Das ist ja der Hammer. Vor allem, ich habe das noch nie gesehen hier hinten, dass man da Flaschen aller Art draufpacken kann. Und damit dann wirklich gewappnet ist. Deswegen, also das ist wirklich ein Kracher, finde ich, gerade wenn es jetzt so schön warm geworden ist. Da würde ich jetzt wirklich mal zuschlagen. Und vor allem natürlich nicht nur eine, sondern wir haben mindestens zwei. Sonst wäre es ja ein ungleicher Kampf. Sie können bis zu fünfmal zugreifen. Nutzen Sie das aus. Also das ist wirklich ein Heidenspaß für Jung und Alt. Und es kommt ja jetzt der Sommer. Deshalb, das darf man sich nicht entgehen lassen. Und gerade für so diese Wasserpistolen, diese großen, da zahlt man ja dann immer 20, 25 Euro. Und die ist ja auch klein und kompakt. Die könnte man theoretisch sogar mitnehmen in den Urlaub. Weil auch im Urlaub gibt es ja PET-Flaschen. Stimmt. Dann hast du die dabei, bevor man im Urlaub dann für die Kinder irgendwelche teuren kauft, hat man die dabei. Und PET-Flaschen gibt es dann auch im Urlaub. Also super Sache. Wir machen weiter. Ja! Ich bin hier, glaube ich, zu Storgen von mir. Nein, nein, ich glaube, du warst dran. Ist egal. Oh, das ist clever. Ein Au. Das habe ich zu Hause. Das ist super genial. Und das habe ich auch meiner Mutter mitgebracht. Und alle waren da total begeistert, die das bei mir gesehen haben. Das sieht ein bisschen merkwürdig so aus. Und dann werden Sie denken, was ist denn das? Aber das ist richtig, richtig genial. Das ist nämlich eine Auffangschale für Küchenabfälle. Schau mal, die machst du einfach so an eine Küchentür dran, wo du vorher dann schneidest, wo du dein Schneidebrett hast. Und wenn du Küchenabfälle hast, dann kannst du die ganz leicht in diese Auffangschale hineinkehren. Da ist auch dieser Schaber direkt im Lieferumfang mit dabei. Und dann machst du es einfach immer in diese Auffangschale hinein. Dann hast du nicht alles immer auf deinem Brettchen liegen. Und musst du dich immer auch unten, wo der Mülleimer drin ist, aufzu, aufzu. Das kenne ich nämlich auch. Genau. Und bei mir ist es so, in meiner Küche zum Beispiel, da habe ich nämlich hier quasi, habe ich meinen Bereich, wo ich schneide. Und mein Mülleimer ist aber da hinten. Das heißt, ich muss immer dann alles, wenn ich hier was geschnitten habe, muss ich es immer nehmen. Und muss es immer rüberbringen zum Abfalleimer. Und da fällt mir auch immer was zwischendrin runter. Und dann bin ich immer genervt. Und deshalb habe ich mir dieses hier geholt. Und dann mache ich das quasi immer einfach in die Tür rein. Und wenn ich dann was schneide, dann hat man auch diesen Schaber. Und das wird einfach, das ist für alle handelsüblichen Türen eigentlich geeignet. Das setzt man dann ein. Und das ist dann auch exakt passig zu Ihrer Arbeitsfläche. Einfach so rein. Dann haben Sie auch diesen Schaber. Und dann können Sie das immer alles schupp, schupp, schupp da auch mit runter machen. So, einfach rein. Genau, da sehen wir es ja nochmal. Einfach einsetzen. Zumachen. Und dann kann man das einfach runterkehren. Und dann kann man das nachher dann einfach in den Müll oder beziehungsweise auch auf den Kompost. Viele haben ja auch draußen den Kompost. Dann kann man die ganze Schale einfach raus, sind ja Bioabfälle raus, auf den Kompost bringen. Und das ist so praktisch, das Ganze. Also ich war da wirklich hellauf begeistert, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, boah, das hole ich mir nach Hause. Habe meiner Mutter, wie gesagt, auch direkt eines mitgebracht. Die hat auch gesagt, so was Praktisches, so genial. Und jetzt hier für 5 Euro. Das ist normalerweise auch so ein Produkt, das kostet 19,90 Euro. Jetzt hier für 5 Euro. Deshalb greifen Sie dazu. Vielleicht bestellen Sie auch gleich zwei oder drei. Und das Schöne ist, man kann diesen Auffangbehälter, wenn man da auch mal was drin hat, was ein bisschen matscht, einfach in die Geschirrspülmaschine mit reinmachen. Also ganz einfache Reinigung, einfach mit in die Geschirrspülmaschine dann reinmachen. Der Schaber ist für Sie im Lieferumfang auch mit dabei, wenn Sie den mal benutzen möchten, für 5 Euro. Für die Freundin, für die Bekannte gleich mitbestellen. So was ist richtig praktisch. Das erspart einem so viel Rennerei. Und gerade wenn einem da mal irgendwas runtergefallen ist und man da wieder wischen muss, super praktisch. Es sind ja oftmals die einfachsten Ideen, die die genialsten sind. Wo man sagt, Mensch, warum habe ich sowas noch nicht? Genau das ist die Lösung für das Problem, das glaube ich jeder hat, der in der Küche tätig ist. Wie gesagt, einfach so reinhängen, dann den Abfall rein. Wir haben es gerade gesehen, auch im Zuspieler und dann in den Müll damit. Und anschließend das Ganze noch in die Spülmaschine. Finde ich super. Und vor allem sehr, sehr robust und hochwertig macht das hier auch den Eindruck. Also sehr stabil das Ganze. Also meine Güte für 5 Euro. Da würde ich jetzt in der Tat auch mal zuschlagen und jetzt wirklich hier den Sonderpreis Nutzen, die wir Ihnen anbieten können. Mit der NC 3444 und der 569. NC 3444 und die 569. Gerade hier für diese Matsch-Sachen, die du vorhin so schön meintest. Genau dafür ist es eigentlich ideal. Und man sieht es ja auch mit dieser abgeschrägten Kante, wie gut durchdacht das Ganze ist. Das ist eine super Idee. Und gerade wenn man auch wenig Arbeitsfläche hat, da hat man ja sonst immer noch wenig Platz. Gerade wenn man da auch nur so ein kleines Brettchen hat, da denkt man immer, oh jetzt wohin mit den Schalen. Da ist das so praktisch. Also greifen Sie dazu für 5 Euro. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Also super schön, dass wir das heute in der 5-Euro-Überraschungs-Show haben. Und wir schauen, was als nächstes kommt. Diana ist schon wieder unterwegs zu uns mit dem nächsten Produkt. Wir sind schon bei Produkt Nummer 5. Ich hoffe, Sie haben es schon angerufen, haben sich schon Ihre Lieblingsprodukte gesichert. Jetzt gehen wir zu den Hobbyhandwerkern und Profiheimwerkern. Wir haben ein 61-teiliges Bit-Set mit magnetischem Bit-Halter aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ein Set, viele Schraubenkopfprofile und ganz universell die ideale Ergänzung für Ihren Akkuschrauber, Ihre Werkzeuge mit dem passenden Spannfutter dazu. Das ist natürlich optimal. Und dann in dieser tollen Sortierbox das Ganze. Ja, also das ist natürlich etwas, wo das Herz eines jeden Handwerkers aufgeht. Und vor allen Dingen auch solchen, die es werden wollen. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, das Ganze ist wirklich ein Problem mit diesen ganzen Schraubenziehern, die man normalerweise so hat. Also bei mir ist das immer so eine blaue Box. Da habe ich so meine 10, 12 Schraubenzieher drin. Und irgendwann war ich es auch leid. Weil natürlich derjenige, den man braucht, der ist immer zu unterst. Und da war noch ein Hammer mit drin und noch ein paar Zangen und Kleinkram und was nicht alles. Also ein Gedöns, sage ich Ihnen. Und irgendwann habe ich erkannt, Ratsche ist super, muss man nicht umgreifen. Und die Bit-Sets sind noch besser. Weil da, Sie sehen es ja hier, auf wie kleinem Raum jetzt man das Ganze hat. Und wir haben ja hier jetzt 61 Teile. Das ist die Größe von meiner Handfläche ungefähr, sage ich mal. Und da ist man jetzt, da hat man wirklich alles immer mit dabei. Egal, ob es jetzt für zu Hause ist, ob man mal irgendwo hingeht und sagt, unten am Auto muss ich was schrauben. Oder ein Bekannter ruft mal um Hilfe, kannst du dann nicht mal schnell irgendwie mithelfen. Da hat man jetzt wirklich alles mit dabei. Und das Ganze kenne ich zumindest auch als jemand, der wirklich handwerklich jetzt echt nicht so begagt ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, das Chrom-Vanadium-Stahl, wirklich super Qualität, ist also extrem lange haltbar. Und das Ganze jetzt für 5 Euro, ich habe sowas mal im Baumarkt gesehen. Ich weiß nicht, ob das auch so 60 Teile hatte, aber ungefähr dieselbe Größe in etwa, schätze ich mal. Da habe ich das, glaube ich, für fast 30 Euro oder sowas gesehen. Das ist unfassbar teuer gewesen. Ja, ja, klar. Und es ist ja auch immer so, man hat jetzt vielleicht seinen Akkuschrauber zu Hause. Und man hat vielleicht auch ein paar Bits zu Hause. Aber genau der passende Bit, der fehlt einem ja dann immer. Und da ist man dann immer am Suchen, weil da hat man dann vielleicht irgendwie 2, 3 von den Kreuzschlitz-Bits, die man dann braucht oder dann auch irgendwie einen Schlitz, den man dann irgendwie an der Stelle verwenden möchte. Und der fehlt dann. Hier haben Sie alles toll sortiert in dieser praktischen Sortierbox. Da ist wirklich alles mit dabei. 61-teilig das Ganze. Also hier 60 Bits und dann noch die Aufnahme. Toll sortiert, übersichtlich. Und da finden Sie auch immer genau den passenden, egal was Sie da gerade brauchen. Das ist jetzt einfach mal ein cleverer Kauf für 5 Euro. Und da muss man dann auch nicht wegen vielleicht jetzt einem Bit. Stell dir mal vor, du brauchst einen und musst deshalb dann in den Baumarkt fahren. Und das vielleicht noch am Samstagmittag, wo es so voll ist. Da brauchst du allein eine halbe Stunde, um hinzufahren, einen Parkplatz zu finden. Und dann kaufst du genau für 3, 4 Euro einen und fährst dann wieder zurück und hast den ganzen Samstag Nachmittag versaut. Überleg dir das mal. Da bestellst du jetzt ganz clever hier für 5 Euro dieses 61-teilige Set und hast alles zu Hause. Und wenn du mal einen brauchst, hast du den hier in der praktischen Sortierbox. Das ist clever, weil da bist du beruhigt und weißt, ich habe immer alles passend zu Hause. Das ist clever und das ist auch noch gute Chrom-Vanadium-Qualität, guter Chrom-Vanadium-Stahl. Da bist du ausgerüstet. Bestellst vielleicht noch ein Set für deinen besten Kumpel oder deinen besten Freund mit, der dir ab und zu mal hilft. Oder der dir auch mal den Akkuschrauber ausgeliehen hat oder sowas. Dann ist da auch wieder ein gutes Verhältnis. Kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft, sagt man so schön. Und Sie müssen ja nicht sagen, dass Sie es hier für 5 Euro geschossen haben, liebe Zuschauer. Unsere NX 58, 52 und die 569. NX 58, 52 und die 569. Und ich weiß leider aus eigener Erfahrung, wenn man nicht wirklich exakt die perfekte Größe hat, als Bit oder als Schraubendreher und es damit dann versucht, dass es irgendwie nach dem Motto, müsste doch halbwegs passen, man ruiniert sich so schnell den Schraubenkopf und dann kriegt man die Schraube hinterher gar nicht mehr rein oder raus. Das ist sowas von ärgerlich, weil dann geht das Gedöns richtig los. Ich weiß es, ich habe es probiert, lassen Sie es. Gerade für 5 Euro jetzt hier ganz einfach mal immer das passende Bit-Set dann mit dabei. Für 61 teilig, für 5 Euro ist ein absoluter Kracherpreis, wie ich finde. Mit der NX 58, 52 und der 569 kommt dieses tolle 61-teilige Bit-Set mit der magnetischen Bit-Halter zu Ihnen nach Hause. Also 5 Euro auch hier der Preis für Sie. Das ist doch klasse, was wir hier heute alles haben. Wirklich aus allen Produktkategorien. Wir haben Spaß, wir haben Sachen zum Handwerken, was für die Kinder, für Groß und Klein. Also wirklich alles hier in dieser 5 Euro Überraschungsshow. Da ist auch das Richtige für Sie dabei gewesen. Wir haben hoffentlich schon angerufen. Wir machen weiter. Diana bringt wieder was Feines. Das ist natürlich auch praktisch. Und da muss man jetzt zugreifen. Einen Blick und du weißt schon, was es ist. Schau doch mal. Natürlich, natürlich. Denn es ist natürlich jetzt die Insektenzeit. Ich gebe dir auch mal eine rüber. Vielen Dank. Es ist die Insektenzeit. Wir haben jetzt warmes Wetter. Wir haben aber zwischendurch auch immer wieder Regen. Und das ist natürlich das ideale Brutwetter für die ganzen Insekten. Das kommt natürlich jetzt rucki zucki, weil da sind die Larven, die sich dann natürlich in dieses gerade die Pfützen, die entstehen, reinlegen. Und wenn es dann wieder warm wird, zack, schlüpfen die dann auch aus. Und überall werden wir innerhalb von kürzester Zeit ganz, ganz viele dann auch Mücken haben. Die Stechmücken wieder. Das kommt jetzt alles. Ich hatte schon Besuch dieses Jahr. Du warst ja schon zerstochen. Du hast dich schon gekratzt immer zwischendurch. Ja, mich hat schon ordentlich erwischt. Das ist unfassbar, wie früh das losgeht dieses Jahr. Aber mein Gott, bei diesem warmen Wetter, das ist ja fast schon Sommer da draußen, ist es jetzt auch kein Wunder. Und das Tolle hier dran finde ich, ich kenne das, allerdings nicht so klein und kompakt. Aber Sie kennen das wahrscheinlich auch mit diesem UV-Licht. Das ist dieses bläuliche Licht, wo dann die Insekten von wie magisch angezogen werden. Und innen drin, da gibt es dann halt dieses Hochspannungsgitter, an dem die da wirklich sofort getötet werden. Und das Tolle daran ist halt, dass man es jetzt einfach in die Steckdose packt. Ich kenne das nur so als große Leuchte. Die habe ich mir übrigens schon vor etlichen Jahren hier bei Pearl auch bestellt, weil der Preis super war. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt gerade erst mal ein halbes Jahr hier bei Pearl. Aber das war schon immer. Das hat super funktioniert, war ein super Preis. Aber man braucht halt den Platz dafür, wenn man nicht gerade sowas... Damals gab es das wahrscheinlich noch nicht, sonst hätte ich das genommen. Weil gerade auch für 5 Euro einfach in die Steckdose rein und vor allem ohne Chemie, ohne Gerüche. Ich hatte sowas mal im Urlaub gekauft in meiner Not. Da musste man so kleine Plättchen da reinpacken und die rochen halt ziemlich unangenehm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt für die Lunge so super gesund ist, diese Chemikalien, keine Ahnung, was da drin war, dann das die ganze Nacht überein zu atmen. Und gerade im Urlaub hat man ja oftmals wirklich kein Fliegengitter vor der Tür, muss aber das Fenster aufmachen, weil die Klimaanlage noch nicht läuft oder defekt ist oder es gar keine gibt. Ja, und da ist hier sowas, gerade so klein und kompakt, ideal fürs Reisegepäck einfach. Hier einfach in die Steckdose einstecken. Die Fliegen werden von diesem ultravioletten Licht angezogen und werden dann hier direkt getötet. Alles an, umgeziefert, sei es jetzt Fliegen, Mücken oder dann auch Schnaken. Zack, das ist genial. Sie dürfen auch hier bis zu 5 Mal bestellen. Nutzen Sie das aus. Ein toller, kompakter UV-Insektenvernichter. Für das Schlafzimmer, für das Wohnzimmer, für die Küche vielleicht auch, weil gerade auch in der Küche sind natürlich dann immer viele Insekten. Da hat man ja auch die Lebensmittel stehen. Und hier dann absolut geräuscharm. 360 Grad Abdeckung dann für Räume bis 30 Quadratmeter. Und das Schöne ist, Sie machen dann einfach, wenn da sich Insekten angesammelt haben, unten diesen kleinen Behälter auf. Da können Sie das Ganze dann auch ausleeren, wenn Sie möchten. Und dann wieder zumachen und dann immer weiter verwenden. Also das kauft man einmal und hat es für immer. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Sie sehen ja, einmal in die Steckdose eingesteckt. Und wenn da sich dann mal Insekten angesammelt haben sollten, ja, dann machen Sie hier unten, da ist diese kleine Klappe, kann man aufmachen, ausleeren. Zack. Und die sind ja dann tot, ne? Und dann macht man es wieder zu und fertig ist. Und schon benutzt man das weiter. Das kauft man einmal und hat es dann wirklich für immer. Das ist so praktisch, das Ganze für 5 Euro. Also ein super, super Gerät. Und jetzt bis zu 5 Mal zugreifen für 5 Euro. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist ja jetzt hier sensationell. Und schlagbar. So was günstiges jetzt hier. 5 Euro und es kommen jetzt diese ganzen Insekten. Vielleicht wurden sie schon gestochen. Du darfst jetzt übrigens loslegen. NX 5350 und die 569. Das ist Ihre Bestellnummer hier für unseren Insektenvernichter. Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit anzurufen unter der 0180 51 51 3 mal die 2. Oder auch online bestellen übrigens. 0180 unter www.pearl.tv. Ja, also auch online bestellen für 5 Euro unsere gesamten Produkte. Hier bis zu 5 Mal. Denken Sie auch an unseren tollen Preisalarm, der hier zugeschlagen hat. Unseren wunderschönen Haarbürsten. Das 2er-Set für 4 Euro. Damit Ihre Haare immer entwirrt sind und glänzen. Und die Wasserpistole. Die Wasserpistole war eine Sensation. Philipp, Feuer frei, komm jetzt. Der Philipp macht Kamerad, der möchte glaube ich nicht. Na gut.